Ja, uh, hier wieder mein Quani und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Wir sind hier in der Unterstadt, welches sie jetzt mal behaupten. Ich brauche frische Augen. Und ich schaue, dass ich etwas frischer finde. Der Ruck, der Rumpel, alles, wenn ich so kalt bin, schau mal, erzähl mir, was du siehst. Und bleib durch. Ob ich das jetzt so hinkriege hier? Wahrnehmung, haben wir zumindest Übung drin. Jo, passt schon. Hm. Das können wir wiederum fast gar nicht. Ich nehme mal eine göttliche Führung dazu. Ne. Die Statue, die meanderingen Kurven und goldene Ecken, standen gegen die weiblichen Mäsenrie hinter dem. Sie beantworten die Unterschiede, aber sie bedeuten nichts für dich. Alles, standen. Noch mal was, was wir nicht können. Weil diesmal ein Schatz immer jetzt hoch zu rüffeln. Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? Ja. Der Rumpel. Oh, es war ein großartiger Beest, der diese Wände nahm. Ich sollte es wissen. Sulfur? Natürlich. Die Räume wurden durch Hellfire geändert. Achso, du hast mich mit mehr Fragen, als Antworten. Mein Survei weiter. Mal sehen, was du hast. Handeln. So. Alles weg damit. Das war ganz nützlich. Schriftrolle von Jung. Was ist das hier von der Schriftrolle? Schütz vor Energie. Was war es denn soweit von ihm? Da haben wir noch Tafel-Fragente, die wir vertippen können. Die behalten wir mal. Hier noch was. Nee. Er hat noch solch. Guck mal. Weihrauchschalen. Und. Propofluid-Splitter. Die ganzen noch Silber-Dekor machen. Das ist schon was wert. Äh. Rauchbäumen. Aber. So. Und. Er hat selber. Eigentlich nichts anzubieten, ne? Ist ich das richtig? Ein paar Pfeiler da anzubieten. Feuerresistenz? Hm. Pfeile des Donners. Hm. Infernales. Infernale Legierung. Wäre was, wenn wir wahrscheinlich Carla dabei hätten. Hm. Was zu essen. Pfff. Aber eigentlich hat er sonst nichts. So. Dann. So. Ich würde aber jetzt ganz gerne. Hier rum gehen. Hier geht's runter. Machen wir jetzt schon noch was? Oder machen wir keine? Machen wir jetzt schon noch was? Ja, wir machen mal eine. So. Tja. Was könnte hier. Das Problem sein. Aha. Aha. So Carla. Ähm. Was nehmen wir denn mal hier? Ähm. Bär. Wolf. Bär ist eigentlich immer ganz gut, ne? So. Bär. Und dann gehst du mal die hier unten an. Was? Bär kann ich auch zweimal zuschlagen. So, du. Läufst jetzt mal hier nach vorne. Schutzgeister. Schutzgeister. Nekrotisch oder gleißend? Gleißend. So, dadurch habt ihr jetzt zwei Leuchtkugeln. Ist dadurch geschwächt. Und dann holen wir uns noch eine Spirit-Wipen. Die ist allerdings erst ganz am Ende dran. So. Was machen wir dir? Hast du schon Vorteil? Ja, du musst das Vorteil machen, irgendwie. Fehlschlag. Geil. So muss das. Und noch einen. Fehlschlag. Passt schon. Minus 1 für den Leuchtkugel. Minus 2 für Übung. Eigenartig. Eigentlich müsste er der Minus 2 bekommen müssen. Weil er jetzt zwei Leuchtkugeln hat. Naja. So, wer ist dran? Wer ist dran? Wer ist dran? Äh, Shadowheart ist dran. Und so. So. Dann. Der wurde hier hingezogen. Kann das sein. Schurkugel. Drittischer Fehlschlag mal wieder. Ja, der trifft irgendwie kein... ...ein Haus auf 50 Meter. ...ein Haus auf 50 Meter. ...ein Haus auf 50 Meter. Grems. Immun gegen Säure schaden wird dir auch noch. Das können wir Feuer, Baby. Immunheilung. Immunheilung 3. Zauberplatz nutzen. Zauberplatzstufe 1 nutze ich. So. Den brauch ich nicht. So, die Spiritweapon ist jetzt eigentlich auch mal dran hier. 1. Nie nicht erreichbar. Und so, was denn? So. No traps, please. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Die Ecke, die wir gesehen hatten. Das war's für heute. 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 Okay. Wir könnten hier einen Bogen geben. Wir könnten hier einen Bogen geben. Na ja, dicke ein Bogen geben. wir geben ihr mal wieder das zurück ich glaube damit schlägt sie besser zu hier sind vier Ah ja, guck, sechs Stück, ist ja schön. Gut, dann, ähm... Interessante Zeiten. Diese Bilder haben alles gesehen. Mann, dann ziehen wir ihn. Ich gehe das Graben voran. Wer steckt hinter dem Spähauge, das ich hier rumfliegen soll? Nee. Ein paar Clan mit dem wir wollen hier rumfliegen. Ja, das würde ich auch nicht sagen. Jetzt bin ich... Was? Ja? Ja? Hm. Hm. Was habt ihr gehofft beim Graben zu finden? Ich könnte helfen. Ja? 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 So nicht. So nicht. Erneut Wunfilm. Komm schon. Können wir jetzt mal speichern? Äh. Komm schon. Das muss da drin sein. Aha! Forget the smoke powder. They kill Phil on the spot. I won't let you do it. She's... She's all right. Thank the stern himself. But what if the powder... Without it, Beldrum will die in that tunnel. She can't have taken it all with her, Bug. She must have squirreled some away. Sir, our people are trapped. Phil was a sapper. It kept a smoke powder stash. Find it and blow that wall open. I'm begging you. Hm. Hurry! Our people won't last in that cave in forever. Ja. What do you think about us? Ah, it's you. The mascot of my ill fortunes. Much as I'd love to chat, I'm not allowed social breaks. Ach, der ist das. Ach, der ist das. Das ist ja witzig. Muss da schon wieder gerettet werden. These brutes are no mere Goblins. I doubt you could take them on. You will. If you were successful, that would be most convenient. Spence, yeah. Get Beldrum out of there. Please. Ja. My sister's in there! Myrna! Myrna, can you hear me? Something's on my mind. Ja. Okay, ich kann mit denen jetzt nicht mehr über die... ...dann... ...dann... So, ich will nicht sagen, aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge, oder? Ja, in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.